Voran die allerneueste Generation von Smartwatches und Fitness-Armbändern. Aber auch dieser smarte Fahrradhelm hat es an und vor allem in sich. Neben einem Fahrtrichtungsanzeiger sind ein mit dem Smartphone koppelbares Headset und ein automatischer Hilferuf bei Unfällen eingebaut. Wenn ich stürze, dann findet eine Erschütterung statt, die wird von dem Helm registriert. Dann wird eine Notruffunktion ausgelöst, wenn ich mich innerhalb von 30 Sekunden nicht bewege. Gleichzeitig kann ich geortet werden über GPS. Das Smartphone genügt so nicht nur die 3D-Welten von Computern.